Ich habe viel mal versprochen an die Freunde in Elsass, ich muss auch etwas in Französisch singen. Aber Französisch ist was wie Italienisch, aber der Akzent, das ist nicht einfach für einen Italiener. Und dann, Corinne hat einen Text geschrieben, hat mir gesagt, Graziano. Aber wir haben noch sehr viel. Genau. Aber Dankeschön und auf Wiedersehen. Graziano, danke. Bis später, bis später. Bis später, Dankeschön. Graziano.